Was ist Magie? Die Alchemisten versprachen, Gold zu erzeugen. Was sie meinten, war etwas Unvergängliches. Wahrscheinlich Bewusstheit. Das Freiheitsgefühl beginnt mit dem Wahrnehmen des Unendlichen. Eine der Freiheiten dabei ist die Möglichkeit sich selbst wahrzunehmen. Wie wir wissen, die Welt gibt es nicht. Die Welt ist ein mentales Konstrukt. Das Tirol hat ein System, ist aber selbst kein System. Auf dem Weg zum Künstler bin ich durch viele Bereiche gewartet. Parapsychologie hat mich sehr interessiert. Es geht um das Erinnern der astronomischen Tiefe, die in uns immer ein Echo macht. Weshalb auch die Rolle von Hypnose in vielen meiner Vorarbeiten. Alle Metawissenschaften haben mich fasziniert. Irgendwie sind auch alle eingeflossen. Ich habe die Geräte von Franz Anton Messmer nachgebaut. Das war der Einstieg in den Trance-Modus, dass in der Trance, die induziert wurde, ein Weg leichter zu finden ist. Also es geht darum, die Wahrnehmungsfähigkeit erstmal zu wecken, dann zum Staunen zu bringen, und dann damit in eine Tiefe zu führen, wo es anfängt Substanz zu werden. Das war das Erinnern des Tirol, wir brauchen Sie auch noch ein paar позierter, wo es anfängt, die auf einem Punkt der Duftalmöcht zu machen. Das ist dann ganz toll. Und das ist dann noch ein Problem, Das ist so wichtig. wie wir uns anfängt. ein Unterschied, dass wir uns anfangen,